Yo, was geht Leute? Joystick Gaming wieder am Start und zwar läuft es heute hier etwas anders ab. Ihr werdet im Hintergrund nichts von Battlefield sehen, sondern Destiny, etwas Werbung schadet nie. Und zwar wollte ich etwas über Battlefield Hardline erzählen, diese ganze Bankjob-Geschichte mit Mega Ombre und seinem Glitch. Und zwar, naja, wo fange ich an? Fing es ungefähr vor 2-3 Monaten an. Ja, ich war auf YouTube unterwegs und hab mir halt ein paar Glitches reingezogen und dann bin ich auf das Video von Mega Ombre gestoßen und ich muss echt sagen, Glitches kannte ich schon sehr viele und hab auch schon ein paar gemacht und dann kam sein Video und ich dachte mir, boah, das ist echt krass, musste echt versuchen. Ja, und der Idiot wollte da echt 500 Likes haben und oder 50.000 Views, damit er diese ganze Scheiße halt erklärt, wie es funktioniert. Und, boah, mein Gott, ich hab alles versucht, Jungs, ihr könnt mir glauben, ne. Ich hab Geld bezahlt, damit irgendwelche Leute mir da Likes machen, 405 Stück, da hab ich Geld verloren, weil die nie ankamen. Dann hab ich mindestens 20 oder 30, 40 Tage auf Bankjob verbracht. Ich hab alles versucht. Ich hab die unmöglichsten Stellen gefunden, die man dort finden kann. Also die Leute, die mich bisher jetzt schon abonniert haben und geedit haben, so im Playstation Network, denen hab ich auch schon so einiges gezeigt. Und, ja, die waren überrascht, so. Und, ja, wie gesagt, schon mal dafür erstmal ein recht herzliches Dankeschön. Ich hab, seitdem ich diesen Bankjob-Lead veröffentlicht hab, bestimmt 100 neue Freunde im Playstation Network bekommen. Und, ja, hier auf YouTube jetzt schon an die 60 Abos und, ja, was soll ich sagen, weiter geht's. Und, ja, ein Hin und ein Her, ich hab alles versucht, sein Mega-Ombre, seine Videos gestalkt, was hat der platziert, ein Spawn-Bacon, dies, das, mit wem ist der da, mit wie vielen Leuten, was haben die für eine Klasse. Ich hab das Video in Zeitlupe laufen lassen, ich war so krank, ich hatte, kurz vor Brain, vor Brainwashing, ich war Burnout-like. Ich hab, ne, wenn ich jetzt über Bankjob rede, ich finde keine Worte, weil ich einfach abgefuckt bin, das ist das so, ne. Ja, auf jeden Fall, dann die Leute von Mega-Ombre geedit und so, ich muss sagen, taffe Jungs, so, die haben die Schnauze gehalten, so, haben ihn halt, äh, sein Glück sein gelassen und, ja, bis ich dann irgendwann mal so auf die Gedanken kam, ja, er meinte, am Fahrstuhl hat das was zu tun. Ja, ich versuche alles am Fahrstuhl, probiere dies, das, Seilrutsche hingestellt und Spawn-Beacon dies, das und ich denke mir, bam, was, ich kann nur Spawn-Beacon auf Seilrutsche klatschen, so, dies, das. Auf jeden Fall war das Ganze schon nach bestimmt 30 Tagen konstant, kontinuierlich, non-stop, äh, Bankjob, verstehste? Und, äh, ja, irgendwann, ähm, hat's mir dann einfach so gereicht und, ja, keine Ahnung, dann hab ich, äh, in Mega-Ombre seine Gruppe, Community, hat der dann auch, äh, an einem Playstation, äh, errichtet und so. Und, ja, dann hab ich dann halt da irgendwann reingeschrieben, so, dass ich, äh, ihn hab und so und, ja, dass ich der Mega-Mundry bin und so. Ja, auf jeden Fall, ja, seitdem, äh, alles ganz cool, so. Ja, der Glitch ist zwar etwas scheiße, ich muss euch leider enttäuschen, so. Ich werd auf jeden Fall, äh, das How-To-Video, wie man auf jeden Fall auf das Hochhaus kommt, hier mit unten im Video reinpacken oder gleich hier verlinken und, äh, dann werdet ihr's sehen. Aber, äh, so, ihr werdet auf jeden Fall abgefuckt sein, so, weil es ist auf keinen Fall so ein Glitch, wie ihr kennt, wie, wie ich oder die anderen, äh, Kollegen von YouTube machen, so. Es ist was ganz anderes. Also, schaut einfach gleich selbst, ja. Und, äh, das ist, das ist echt, wie er sagte, das Krasseste, was es jemals gab. Also, ich hoffe, dass, äh, die Macher von Battlefield Hardline das jetzt nicht irgendwie noch vor der neuen Map, äh, Getaway entdecken und somit, äh, die Seilrutsche und Kletterhaken patchen, weil dann sind wir derbe am Arsch. Auf jeden Fall, Jungs, äh, würd mich freuen, so, wenn ihr das nicht ganz, das Ganze nicht so negativ seht und, äh, ja. Ja, keine Ahnung, einfach mal vielleicht die ganze Sache so ein bisschen locker angehen. Vor allen Dingen auch du, Mega Ombre, so, Jens, ich weiß, jetzt nochmal so zu dir. Jungs, erstmal an euch, Dankeschön, dass ihr durchgehalten habt, so, ne, mit mir und, dass ich so scheiße war und euch es nicht gesagt hab, so, aber jetzt habt ihr endlich die Auflösung. Mega Ombre, jetzt nochmal zu dir, falls du mein Video guckst, ich weiß ja nicht, so, ähm, Digga, guck mal, ich wollte, ich hab dir versprochen, ich sag das kein, ich hab auch mein Wort gehalten, so, weißt du, ich hab's kein gesagt, so. So, äh, jetzt, aber wo wir gestern das Video gemacht haben, so, und da sind uns Leute gesponnt, dir war das dann eigentlich auch so schon egal, weil du wirst es in den nächsten paar Tagen veröffentlichen, so. Ich hab gerade mal, ganz ehrlich, keine Ahnung, warte mal, ich bin hier gerade am Läppi, 58 Abonnenten, so, weißt du, das Video wird nicht so viel geliked sein wie dein, so. Ich bin auch irgendwie nicht so geil drauf, so, weißt du, ich werd damit kein Geld machen, so, du schon eher im Gegensatz zu mir. Auf jeden Fall, äh, denk ich mir doch einfach so, komm, nimmst du, das musst du dir rausnehmen, du bist der Einzige, du sagtest mir, ich bin der Einzige, der den Glitch jemals so selbst herausgefunden hat, von dem du wüsstest, so. Und, äh, ja, da musste ich mir doch einfach jetzt die Frechheit nehmen und das einfach mal, ich denke mal so ein, ein, zwei Tage oder wenn überhaupt, vielleicht ein paar Stunden eher als du bei YouTube hochladen und, äh, auf jeden Fall werd ich deinen Channel verlinken. Ich hab dich ja auch ordentlich im Video reingeklatscht und, ja, Jungs, Mädels, sorry für, ähm, die schlechte Audioaufnahme, ähm, und, äh, ja, ich hoffe, ihr genießt jetzt noch ein bisschen Destiny und, äh, vielleicht kauft es ihr euch ja auch. Und wir können irgendwann mal zusammen zocken, so. Und, ja, peace out, Leute, und, äh, Ombre, tut mir leid, tut mir leid, mein Freund, aber ich hab dich. So, bis dann, Jungs, tschö, bitte. Wir machen uns zur Landung auf Phobos bereit. Ich werde deine Übertragungen überwachen, Geist. Viel Glück euch beiden.